wir nähern uns dem und herzlich willkommen bei neuen let's play und bei neuen mission bessere zukunft so die sind schon trotz wir müssen zu dem professor wir werden den profis persönlich kennenlernen also mappe wie sie aus dort da sind wir da oben muss man hin dann gehen wir auf die zweite stock hat gut mal der sinn wo ok ist das plan wer war motto ist die alles klar bei alter freund kleine party mediales fress dein mauer magen das wollte ich nicht nehmen ok nämlich schrotti was ist das rüstung das fehlt uns sowas von juhu nix klo ist zu klo also automatisch oder was ein und das wahrscheinlich sind frauen ja 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 ok also das ganze klassisch kaputt schon scheiße gell wenn ich auch so ähm gehen weiter oh bitte oh monster sie ist meine freunde meine freunde meine freunde wo sind meine freunde da sind meine freunde dämonen präsen dämonen präsenz eliminiert abregelung aufgenommen oh scheiße moment mal ach hier gibt es zwei ok gut zu wissen also ich habe Leben abgepumpt genau dann gehen wir jetzt auf den rüstung ein bisschen ja jetzt haben voll warte hier sollte gang frei sein vielleicht gleich werde weg frei hoffe ich ah tot tot weg weg mit dir alter der schlägt noch schnell leg mir alter ist so nice wieso geht warte mal hallo aktiviert ok bereit aktiviert ich glaube muss brauche ich da oder die karton irgendwas aktivieren das du nö ok wirst du mich komplett verarschen ich habe doch alle gekillt ok da fehlt eine oh muni versteckte muni das geht das kann nicht sein hi weg damit du 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 wo das tschuldigung dass ich hab dich fertig genannt du bist nicht so ich da war nicht so böse gemein hilfe bitte geh mich nicht okay wir haben nicht genug anwärter und ohne gläubige ist unser glaube nichts ohne sie ich hoffe du kannst abstand wahren und die situation kontrollieren natürlich ich glaube an unsere arbeit aber um fortschritte zu erzielen müssen wir noch größere opfer bringen das ist kein fortschritt das ist irrsinn der vorstand hat verständnis für die spezielle art von arbeit die du hier voran treffst und alle wissen was diese opfer für die menschheit bedeuten aber dein urteilsvermögen ist getrübt ok moment wenn ich hab da ich glaube ja super ich habe meine rüstung komplett am arsch gemacht ne ist immer zu aktivieren kann ich schon alter wieso kann ich das nicht aktivieren wieder leuchtet das so ja scheiß uuuuja 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 alda was ist das das ist muni ok gut gut zu wissen muni 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 und das brauche ich auch ja gut gibt es was interessantes ich glaube weniger da ist was da ne gibt es nichts interessantes schade aha guck guck komm das haben wir und wo gehen wir jetzt hin ähm äh was äh okay ist verspürt toll wohin sollte jetzt gehen okay deswegen so fress dein Auge oh fett ist da also der ist tot gut gut zu wissen oh scheiße okay jo 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 wot 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 alter komo gibt die gbd ja auch nicht diese so alle auch du heilige scheiße er wo alle wo sie die Omi da habe ich weg weg mit dir wot wo ja endlich bist du weg meine Omi ach du scheiße du auch bist du da wer hat dich für Party angelauscht Schwester das ist nur Männer Party und Oma Alter jo nice läuft bei euch steh aua das ist doch nicht nett so und nicht auf Punkte geil jup drei leben habe ich verloren das ist ich hoffe ich weil mein money wird knapp oder ja moment mal wenn es hier geht ich schaue noch die ganze anfang weil da da waren noch ein tor äh das glaube ich war unten genau willst du mich verraschen du scheiß Ding oh super ist zu aber sie aber sie keine Sorge während der Systemaktualisierung das ist ein Prototyp unserer interdimensionalen Kette damit kann ich dich aus der Hölle zurückholen bitte entschuldige den Stoß aber ich dachte mir dass du dich sonst weigern würdest ich bin Dr. Samuel Hayden ich habe einige Vorräte in meinem Büro ok hier entlang bitte ja geh ich komm geh vor die scheiße ich zuhne immer noch und jetzt ey du bist groß Jünger hast du viel äh Milch getrunken und Karotten oder was willkommen Dr. Hayden nimm was du an Vorräten brauchst nimm ich alles was ist das äh ok ok bazuca brauche ich nicht die Zerstörung des Argentauers ist verheerend aber ich bin bereit dir zu helfen das Portal zu schließen ok und wie weil unsere Arbeit und unser Wissen über ihre Welt beruhen auf dem Inschrift meines großen Stein Artefaktes das wir zu Beginn des Programms aus der Hölle geholt haben wir nennen es den Helixstein Helixstein ok das ist unser wichtigstes Stück Olivia war besessen davon der Stein hat uns verraten wie man die Energie der Hölle manipuliert und für sich nutzen kann außerdem hat er uns zu dir geführt der Helixstein hat uns geholfen die Macht des Brunnens einzufangen ich bin überzeugt dass er dir zeigen wird wie du den Brunnen stilllegst ok Olivia hat den Helixstein schon seit Jahren in ihrem Büro in den Lazarus Laboren die können nur über einen Aufzug im Komplex für fortgeschrittene Forschung auf der anderen Seite des Abgrunds erreicht werden deine Vorliebe für Waffen ist offensichtlich ich bin sicher du wirst dort etwas nützliches finden mal sehen der Wartungsaufzug liegt am Ende des Gangs gut das alles sehr schön auch nicht so schon ich habe eigentlich die Fehler gemacht war 100 pro äh Leben gib mir mehr Leben haben wir sind aber immerhin was the der Aufzug wir fahren nach unten scrollt jaja da haben wir schon ok das wurde ich nicht wissen aber geil da ich mein freund also was ich finde ich danke okay niemand da das sucht scheiße hier weiter wo ich der gegner du bist so du bist explosiv hartnäckig gut und das alles wie das ist kein aufzug ist ich wollte nicht aber ja gut ok nein jesu ja Hallo? Haas, ok, gut Komm, schräg Boobie Woll Eww What? Wo, wo? Aua Aua, aua Aua, du bist Ich bin ein bisschen zuschneid, oder was? Oh, scheiße Nein, nicht das Ja, ha, 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 ha Na, was hast du jetzt? Oh, meine Muni ist leer So, jetzt bist du da, okay? Wow, fuck Damte Scheiße Alter Alter, Schwalder Meine Rüstung ist da, gell? Du, friss dein Herz einfach Und dann wird es Und ich brauche ein bisschen Leben Alter, es sind drei, oder was? Ey, Schwester Schön, dass ihr ja Versuch und Unsere Party Aber ja So viel Gutes Ist ja manchmal zu viel Alles? Äh, noch Äh, noch Ferti Ferti Okay Muni Ezek Ah, ist das Nice Ah, Lest Klick Oh, nice Ich habe immer gedacht So musste ich Aber ne Ist das nice